Norddeutscher Rundfunk 2021 Na, komm ran! Komm ran! Jawoll! 300 Hektar, ganz extrem. Ja, also ich finde hier dieser Bereich, der ist schon ... Ist jetzt eins. Ja. Jetzt ist das eins. Der schwarze Motor, der macht mega viel aus. Sieht direkt viel brutaler aus. Wir machen ja, wir stehen ja da drauf, alles ein bisschen kleiner und schmaler zu machen, alles ein bisschen kürzer. Also die Kombination aus Minimalismus und Design. Als Sportstar. Ja. Das ist tatsächlich auch so. Perfekt. Jetzt sieht's man vollständig. Das ist komplett. Ja. Das ist ganz cool auch vor allem für die Leute, die sich Gedanken über die Sportstar, die Nightstar gemacht haben. Wir haben das jetzt gemacht, dass wir was Frisches daraus gemacht haben und die freuen sich bestimmt auch, dass wir jetzt nichts Neues machen wollten. Also nicht die Linie verändern wollten, weil dann ist ja deren Konzept zunichte gemacht. Ja. Das Feintuning. Ja. Also eigentlich war das genau richtig. Ja. Und das ist halt auch eine Kunst, weil du musst ja dieses moderne Paket auch wieder, dem musst du ja auch eine klassische Linie geben. Ja. Und jetzt ist alles schön flach. Das hat auch echt eine gute Position, also auch wenn man weiter vorne sitzt als gedacht. Aber das hat halt direkt diesen sportlichen Charakter, ne? Ja. Perfekt. Monster. Das ist geil. Geil, ja. Das war nur noch Farben. Anyone else? Ja. Ja. Ja.